Das Essen Ich bin positiv überrascht. In einem Land am Meer gibt es wirklich Fisch. Zwei verschiedene Fischgerichte werden neben einem Fleischgericht und einem vegetarischen Mahl zum Abendessen angeboten. Die Auswahl variiert auch von Tag zu Tag. Die erste Vorspeise wählt man vom Buffet. Bei der zweiten Vorspeise muss man sich für eine aus vier Gerichten entscheiden. Bei der Hauptspeise hat man wieder die Wahl aus vier Speisen. Habe ich schon erwähnt, dass es hier Fisch gibt? Und als Nachspeise gibt es wieder ein reichhaltiges Buffet. Wir hatten ein paar Tage etwas Wind. Da war das Servierpersonal auch etwas durch den Wind. Erst nach drei Tagen haben sie ihren Rhythmus großteils wieder gefunden. Einen Cappuccino und zwei Tee hätten wir zum Frühstück bestellt. Bis in die Küche muss es die Bestellung vom Winde verweht haben. Zwei Cappuccino und ein Tee, dafür keine Milch dazu. Naja, Doris muss sowieso ihren Blutdruck heben, aber sie trinkt normal nie Kaffee. Mir schmeckt der Cappuccino, also eineinhalb Tassen für mich. Sä9-3-5-4-2-0-2-0-1-2-0-2-0. Zwei Cappuccino und ein Tee, für die Laufzeit gibt es die Kaffee. Sä9-3-0-2-0-2-0-2-0. Das ist die Laufzeit ist die Laufzeit.